Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem XauRoc. Ich bin gerade am PC und es ist 16 Uhr und ich habe ein Problem. Ich habe seit vier Tagen das Problem, dass mein PC nicht so richtig läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich es vielleicht sogar gestern in meinem Video gesagt habe, dass ich mein Windows neu mache. Ja, habe ich sogar erzählt. Und ich habe mein Windows neu gemacht, wollte ein Video bearbeiten und irgendwie funktioniert das immer noch nicht so richtig. Und heute habe ich irgendwie gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Das kann nicht an der Software liegen, das muss ein anderes Problem sein. Und jetzt habe ich einen Festplattentest gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie in der Richtung muss das irgendwas sein. Und siehe da, das ist die Festplatte. Meine große Festplatte verabschiedet sich gerade. Also sie hat wirklich mehrere Fehler in Sektoren, die nicht mehr gelesen werden können, die nicht mehr gerettet werden können. Also es ist eine Frage, dass sie einen Totalausfall hat, sodass sie wirklich überhaupt nicht mehr funktioniert. Deswegen bin ich gerade dabei, meine ganzen Sachen zu sichern. Und ich muss sagen, ich habe schon einiges nicht sichern können. Und das ist wirklich scheiße. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel eine Scrap Mechanic Folge. Ich bin gerade nebenbei hier am Dingseln. Ich habe eine Scrap Mechanic Folge, die schon mal nicht geht. Die könnte ich nicht retten. Also die ist definitiv hinüber. Aber jetzt bin ich gerade, also ich muss jetzt gerade gucken, ich bin jetzt dabei, diese Folgen einzeln reinzuziehen. Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich die einzeln rüberziehe, dann kann ich vielleicht das eine oder andere dann noch retten. Weil er hat schon sehr früh gesagt, nee, die will ich nicht mehr. Okay, also drei konnte ich schon mal retten. Drei Folgen. Es sind nicht viele, Gott sei Dank, weil ich ja immer sehr, sehr kurzfristig immer dran bin. Also ich bin immer dabei, die Folgen sofort zu dekodieren, also zu bearbeiten, zu schneiden und dann hochzuladen. Deswegen ist nicht so viel verloren gegangen. Aber zum Beispiel Vlogs, ja, die wir Anfang des Jahres produziert haben, die noch nicht hochgeladen sind. Da habe ich schon gebankt, dass die hinüber sind. Aber alle konnten gerettet werden. Also die sind auf jeden Fall jetzt safe. Jetzt bin ich gerade bei den Scrap Mechanic Folgen. Jetzt ist auch die Frage Vulcanoids. Letztens noch gesagt, ja, Vulcanoids, fertig aufgenommen. Ja, supergeil. Party. Und jetzt habe ich, glaube ich, das Problem, dass die Folgen alle am Arsch sind. Und ich habe es nicht gerade wenig Folgen gemacht. Also es ist echt blöd. Wirklich sehr blöd. Und die bin ich jetzt auch gerade am Einzelnen rüberziehen. Schauen, welche ich retten kann. Also muss ich mal gucken. Ah, da ist schon eine, die geht nicht. Die erste Folge in der Aufnahmesession geht nicht. Also im Prinzip eigentlich alles, was ich so die letzten paar Tage gemacht habe, ist am Arsch. Schafft das? Ne. Also die Datenübertragung ist auf null runter reduziert. Jetzt wird er mir wahrscheinlich gleich sagen, kann nicht gelesen werden. Scheiße. Da heißt die ganzen Vulcanoids-Folgen muss ich neu machen. Blöd. Wirklich blöd. Ist jetzt nicht so. Also ist das schon scheiße, ja. Ist Aufnahmezeit. Also die kann ich vergessen. Die geht nicht. Schauen wir mal, ob die hier geht. Ist doof. Aber jetzt kein Weltuntergang. Denn ich habe meine Spielstände noch. Also ich kann theoretisch die Spielstände nehmen und muss halt dann von da weitermachen, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Das könnte man jetzt noch machen. Also das wäre jetzt nicht so wild. Und jetzt war es auch ätzend. Aber machbar. So, jetzt schauen wir mal. Die zweite Folge, glaube ich, geht durch. Ist ja so ein bisschen blöd, ne. Dann geht die eine Folge nicht, die zweite geht. Ich weiß auch nicht, was ich da drin gemacht habe in der Folge. Es kann natürlich sein, dass die Folge jetzt nicht so wichtig war. Ja, wir haben da ein bisschen rumgesammelt und so. Also, wenn das jetzt nur diese eine Folge ist, dann überlege ich mir dann halt Shit Happens. Und sage ich halt, ja, egal. Diese eine Folge ist dann halt blöd gelaufen. Aber wenn jetzt noch zwei, drei Folgen nicht gehen, dann wird es anders laufen. Naja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt diese Festplatte weiter aufräumen und die Sachen versuchen rüberzuziehen, was ich rüberziehen kann auf eine andere Festplatte. Und dann werde ich in einen Saturn gehen und mir eine Festplatte kaufen, weil sonst kann ich morgen nicht aufnehmen. Und das wäre blöd. Ah, das ist das nächste Video, das nicht will. Ne. Ich glaube, Vulcan 9 müssen wir noch machen. Ah, was ne Scheiße. Aber dann müssen wir durch. Ja, schauen wir mal, fahren wir mal los, irgendwann demnächst. Ich halte euch auf dem Hoffnen. So, kleiner Zwischenstand. Ich konnte jetzt einiges noch retten. Ich glaube, zwei Scrap Mechanic Folgen gehen nicht. Alle Vulcan 9s Folgen gehen nicht. Und Vlogs konnte ich alle retten. Die Spiele habe ich jetzt einfach so gelöscht. Und kurz bevor ich alles rübergezogen habe, die Safe Cams konnte ich noch nicht, kurz bevor ich alles rübergezogen habe, was ist passiert? Festplatte hat sich verabschiedet. Also ich habe gerade noch Glück gehabt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Witzigerweise wird die Festplatte jetzt wieder angezeigt. Leer, was sehr seltsam ist. Ich werde sie aber nicht weiterverwenden, weil das macht keinen Sinn. Und das Tool, womit ich überprüfen konnte, ob die Festplatte einen Schaden hat oder sowas, zeigt immer noch die Schienen an. Also macht das nicht mehr viel Sinn, mit der Festplatte weiterzuarbeiten. Also werde ich jetzt demnächst zum Saturn fahren und mir eine neue Festplatte kaufen. Muss sein, sonst kann ich morgen nicht arbeiten. So. Okay, meine lieben Freunde. Ich wollte mal wieder tun. Ich habe meine schönen Sachen geholt. Ich habe mich jetzt für eine kleine SSD entschieden, für Aufnahmen und zum Dekodieren. Also ich habe zwar schon eine SSD, wo das Betriebssystem drauf ist, aber zum Aufnehmen ist das natürlich auch schön. Reicht günstig. 20 Euro hat die jetzt gekostet von Kingston. Also das ist wirklich in Ordnung. Und dann haben wir hier noch eine große Festplatte, so groß wie meine jetzige, worauf wir dann die Spiele installieren werden, so wie vorher. So, das bauen wir jetzt ein. Und so sieht es aktuell im PC aus. Das ist ja ein Fertig-PC gewesen. Der Acer Predator war das, oder ist es immer noch. Ich habe jetzt gedacht so, einerseits habe ich gedacht, es wäre schön, wenn die Garantie noch nicht abgelaufen wäre. Einerseits wäre es schön, wenn die Garantie abgelaufen ist, weil dann konnte ich jetzt einfach eine neue Festplatte kaufen, ohne da jetzt ewig rummachen zu müssen. Weil wenn ja noch Garantie drauf ist, wäre es ja sonst Geldverschwendung. Aber ich müsste dann wahrscheinlich ewige, viele Wochen warten, bis die das Teil ausgetauscht hätten und repariert hätten und bla bla bla. Deswegen bin ich eigentlich so, muss ich sagen, irgendwie eher froh. Weil dann kann ich das jetzt einfach einbauen und wieder ganz normal weitermachen. Das ist die Festplatte, die kaputt ist. Die da, die wir jetzt gleich raus. Was ich cool finde, ist, dass das hier eine richtige, keine komische abgespeckte Version oder sowas ist, was ja meistens bei Fertig-PCs der Fall ist, sondern das ist wirklich eine ganz normale Nvidia 1080 GTX. Ja, das ist natürlich schon sehr schön. Dann haben wir vier RAM-Slots. Und das ist jetzt auch ganz praktisch, dass ich den jetzt mal entstauen kann, weil ich jetzt weiß, okay, jetzt darf ich ihn aufmachen. Weil da hat sich ja Bissi was in den zwei Jahren doch angesammelt. Und das werde ich jetzt als erstes machen. So. So, da haben wir die Grafikkarte. Und die sieht echt gut aus. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so cool aussieht. Also die sieht richtig, richtig nice aus. Und die ist unglaublich schwer. Also ich glaube, das ist die schwerste Grafikkarte, die ich jemals in den Händen gehalten habe. Also das ist wirklich krass. Und die ist auch komplett rundherum eigentlich geschützt und zu. Also das ist schon ziemlich nice. Also das ist schon eine coole Grafikkarte. Der Ventilator komplett auch aus, oder? Ja, ich glaube, ist aus Plastik. Aber das hier innen ist, glaube ich, Metall. Das ist auf jeden Fall sehr kühl. Ja, auf jeden Fall ein nettes Teil. Da drin ist irgendwie noch viel Staub. Da werde ich jetzt noch ein bisschen rumfummeln. Tada! So. Gut. Neue Festplatte ist drin. Sauber gemacht. Traumfähigkeit ist jetzt da und wieder an seinem Platz. Und jetzt würde ich sorgen, schließen wir an und beten. Tada! Sie funktionieren. Und ich bin so happy. Ja, jetzt muss ich alles einrichten. Und dann bin ich eigentlich auch soweit wieder fertig. Das ist die alte Festplatte. Gutes Teil. Eigentlich noch voll in Ordnung, aber sie geht nicht mehr. Was soll man machen? Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht, ob es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, jetzt einfach das Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und noch viel weiter. Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao!